Hallo Leute, bei meiner Zeit beim SSV Reutling und jetzt als Cheftrainer beim Intersopfer Talentteam werde ich oft gefragt, was muss ein Kind haben, damit es beim höherklassigen Verein spielen kann oder vielleicht sogar mal ein Nachwuchsleistungszentrum schafft. Ich habe viele bekannte Trainer angerufen und mal gefragt, ob sie ein Interview machen können und ja, ein guter Freund von mir, Andreas Weinberger vom VfB Stuttgart U15 Er hat mich angerufen, habe ich gefragt, ob er mal so sagen könnte, was seine persönliche Meinung wäre, nämlich was man als Spieler beim VfB Stuttgart denn so bräuchte und ja, schaut mal rein, es ist interessant geworden, viel Spaß dabei Hallo zusammen, mein Name ist Andreas Weinberger, ich trainiere aktuell die U15 von VfB Stuttgart Und ja, das Scouting ist ein komplexes Thema, im Prinzip gibt es da, denke ich, auch keine Pauschalaussage zu Man schaut schon immer nach dem Gesamtpaket bei uns und natürlich in den kleineren Mannschaften, 10, 11 da geht es einfach um motorische Fähigkeiten, Technik und je höher es kommt, spielt natürlich die Position dann auch irgendwann eine Rolle Also man bewertet natürlich einen Defensivspieler anders als ein Offensivspieler und ein Außenspieler muss andere Fähigkeiten besitzen wie ein zentraler Mittelfeldspieler, von daher geht es da schon sehr positionsspezifisch zu und ja, dementsprechend kann man da keine pauschale Aussage zutätigen, was wichtig ist oder was wichtiger ist sondern es richtet sich, ja, je höher man kommt, dann sehr stark auch nach der Position und nach den Aufgaben, die man zu bewältigen hat in einem Spiel Viele Grüße, hier auf Stuttgart